Ja man, nice, Tim, nice, nice, nice! Tim, warum? Tim Gabel, warum machst du das? Lauf dir das Game überhaupt! Ich bin's! Ich hab überlegt, ob ich Supporter oder nicht. Ich hab kurz überlegt, ob ich nochmal hochlaufe zu Navigation oder Weapons, um zu gucken, ob jemand gewandet ist. Weil ich denke, dass das, was passiert ist. Gleich liegt bei Shields. Da, wo man quasi, ja, einfach in Shields. Also Self-Report. Okay, haben wir. Das ist gerade ein sehr langes Intro dafür, dass du den gefunden hast, Antonia, musst du sagen. Ich denke halt, dass Navigation oder Weapons halt entweder gewandet ist. Weil ich denke nicht, dass die Person in Storage läuft. Tim, Jacken, wo kamst du her? Ich war O2 und bin da in Navigation geraufen, weil Hanky war bei Navigation drin, also hätte theoretisch wenden können, aber ich glaube, die Zeit wäre zu kurz gewesen für Hanky. Ich bin auch, ich bin vom Pult da gekommen. Mit diesem Shift. Antonia, wo warst du? Navigation. Navigation, okay. Domtendo, wir haben uns gerade gesehen, ich hab grad Lights gefixt, du warst auch da. Micky, wo warst du? Medbay hab ich mich gescannt und dann hab ich Abzug gemacht in Cafeteria. Kann das jemand bezeugen mit Micky und Scan? Wieso sollte das jemand bezeugen noch? Ja, weil's geil ist, wenn du, guck mal, weil das eine Task ist. Weil wir uns alle gegenseitig, weil wir uns alle gegenseitig decken können, deshalb. Also kann jemand Micky... Da stand, äh... Greenfoot 6 und 86 Laps oder so. Schnell gegoogelt, Kippe-Feger. Ja, hat jemand Micky gesehen oder nicht? Mich muss niemand gesehen haben. Ja doch schon, Bro, weil wir jetzt... Ja, also haben wir keinen Sass dann scheinbar. Micky lässt nicht zu. Micky will nicht Sass sein, okay, dann ist Micky jetzt nicht Sass. Stimmt, wo war Trimax? Wo war Trimax? Ich war Admin, hab die Karte durchgezogen. Ja, verdächtig. Kann das jemand bezeugen? Ja, ja, true. Voteskippen bitte, bevor der Randoval reinkommt. Vielleicht Sass hier auf Micky und Trimax an der Stelle. Just saying. Micky, bitte bring ihn da nicht um. Die sind an den Camps. Die hängen an den Camps, Bro. Leiche liegt in Navigation. Hey, what the f***? Wer war gerade alles mit mir, als die unten Lower Engine Türen zugegangen sind? Äh, ich? Bei mir ist die Tür zugegangen. Auch gerade waren loslaufen direkt. Tür zu. Wer war da gerade alles dabei? Ich glaube Tim, aber ich bin nicht sicher. Bei no end war ich nicht, nein. Der liegt halt ganz rechts am Punkt. Ich war eine Person mit Navigation noch gerade am Ende. Wer war mit mir nicht dann gleich gerade reported? Aber ich bin von Admin runtergelaufen über Shields und bin dann halt hoch da. Wer war noch Licht wieder anmachen? Ich habe Micky gesehen und noch irgendwen. Äh, TJ, Micky und ich. Wer ist durch Cafeteria gerade gelaufen? Perfekt, dann war ich da nicht. Dann war das wahrscheinlich der Imposter. Ja, Hanky, wo warst du? Ich habe doch gesagt, ich bin ein Admin gewesen, bin unten langgelaufen bei Shields, hoch zur Navigation, habe da die Leiche gefunden. Dann können wir uns aber ganz gut alle decken jetzt eigentlich. Also ich war Security war... Also wir waren alle links, also wir waren safe nicht. Wir waren Leute. Außer Hanky und Mikkel. Außer Hanky und äh... Revi war auch links, ne? Revi hat doch, Revi hat doch wen in Cafeteria gesehen. Das muss ja doch gewesen sein. Revi, wie bist du gelaufen? Wohin? Ja, wo bist du gelaufen? Ich war unten in Shields und bin dann über Storage zurück zur Cafeteria. Nee, warte mal. Wo warst du ganz am Anfang? Ganz am Anfang bin ich über Upper Engine gelaufen. Nach links. Ich habe dich tatsächlich aber bei Shields nicht gesehen. Ich hing aber in Shields drinne, Bro. Ich hing aber in Shields drin, bin kaum vorbei und dann hoch Richtung Cafeteria. Ja, dann hättest du ihn umbringen können in der Zeit, richtig. In welcher Zeit? Ich bin doch gar nicht da lang gelaufen. Du bist doch bei Shields zur Cafeteria. Hey, andersrum, Bro. Ich habe doch gerade gesagt Shields, Storage, Cafeteria, habe ich doch gerade gesagt. Ach so. Das Ding ist, du hättest aber bei Navigation zu Shields wenden können. Weil in den Kameras hat man halt auch nicht gesehen, dass der wer rausgelaufen ist. Ja, aber war jemand ganz in den Camps? Dann hätte man nur sehen können, wenn er gewertet wird. Nein, nein, nein. Es hat mich ja auch keiner reinlaufen sehen. Ich war keine Camps außer mir und ich war nur ganz am Ende. Deswegen weiß ich nicht, ob... Die Einzigen, die es gemacht haben könnten, Revy und Hanky. Weil die Restlichen haben Alibi. Wir müssen ein Double Kill machen. Zeit für ein Double Kill Team, komm. Schönen guten Tag. Ich bin gerade durch... Davey Pop? Ähm... Ne, ich bin gerade durch Cafeteria gekommen, Weapons und vor O2 liegt Micky. Jetzt bin ich aber gespannt. Wo liegt Micky? Vor O2. Okay, und wo warst du? Ich bin durch Cafeteria, Weapons und habe Micky dann vor O2 liegen sehen. Aber wieso bist du schon wieder bei Weapons? Musst du nicht Aufgaben machen? Ja. Weil du warst ja schon die ersten Runden die ganze Zeit rechte Seite. Ja, ich habe meine Aufgaben gemacht, Bro. Und ich muss jetzt da noch diesen letzten Ding da umdrehen. Jetzt schon? Bis jetzt fertig? Ja, ich bin fast fertig. Ich bin immer relativ schnell. Ich war auch immer so... Keine Ahnung... Ich habe noch zwei Aufgaben. Maximal. Ich habe noch Dinger. Ich habe... Es fehlt aber noch jemand. Es fehlt aber noch jemand. Wer ist noch tot? Wir müssen einen Impostor kickern. Antonia ist noch tot, ne? Antonia ist noch tot. What the f***? Das kann jetzt Safe Report gewesen sein. Letzte Runde hatte er auch kein Alibi. Ja, aber Bro, mich hat ja... Mich hat ja jemand... Mich hat doch irgendwer safe gesehen. Ne. Das kann ja nicht sein. So offen wie ich rumlaufe, kann es nicht sein, dass mich niemand gesehen hat. Ich habe mit Micky oben links die Kabeltasks bei Cafeteria gemacht. Und dann dachte ich halt, okay, Micky ist auf jeden Fall safe nicht, weil die Tasks fake keinen Schwanz. Und dann ist Micky rechts gelaufen. Das stimmt halt. Das Ding ist, Tim, Jacken kann es nicht sein, weil der hätte mich Navigation ganz am Anfang kinken können. Wo war Henki? Ich war jetzt... Ich habe Electrical angemacht, da hat mich Domtenno gesehen. Ich habe das Licht angemacht. Mhm. Und bin dann gerade nach rechts. Ey, wir müssen voten. Wir haben 20 Sekunden. Ich drücke Henki ein rein. Ich drücke Henki ein rein. Doch, wegen Antonia, Bro. Wegen Antonia. Weil man nicht weiß, wo du bist. Wer votet das? Ich habe Henki gewotet. Ich votet Rebi. F***ing Henki. Bro, ich schwöre dir, Henki hat Antonia umgeprägt. Ich habe doch gerade Micky gefunden, Alter. Tim votet Rebi. Tim, du hättest einfach nur Henki voten sollen, verdammt. Hättest du Henki gewotet, wer... Ach, Junge. Tim G hätte einfach nur Henki voten sollen. Ja, Mann. Nice, Tim. Nice, nice. Domtenno ist lost. Das ist gut. Der steht hier und macht die Aufgabe. Der schafft es nicht. Tim, nein! Tim G, warum? Tim Gabel, warum machst du das? Tim? Ich wusste, dass Tim das ist am Ende, aber ich wusste nicht. Tim, stark. Tim und schon. Stark, Tim. Ja. Warum? Warum mit Micky? Okay. Erzähl mir mal kurz, wer war Office gerade? Also ich kann auf jeden Fall eine Person ausschließen. Und zwar Tim Jacken. Der ist 100% Crewmate. Ich kann Rebi auch, glaube ich, relativ gut ausschließen. Ja, ich bin gerade Spaceman rum drin. Ich muss auch noch was Wichtiges sagen. Wo bist du Rebi? Spaceman? Jetzt gerade am Ende? Naja, Spaceman und Admin halt dazwischen der Tunnel. Wer kann Rebi decken? Nee, ich würde die nicht decken. Ich würde die nicht decken. Genau. Spaceman Room und dann der Tunnel und dann unten um die Ecke da. Dieser Tunnel zwischen Spaceman und Admin. Ich muss doch was Wichtiges sagen. Darf ich bitte eine Frage stellen? Micky, wie geht's? Moin. Du weißt ja, es gibt diesen Raum Office, ne? Und ich weiß, dass Tim Gabel Domtendo da irgendwo in der Area gefunden hat. Ja. Und du bist Domtendo ja da gerade begegnet. So roundabout der Time, als Domtendo dann halt jetzt tot gefunden wurde. Nee. Okay. Unlucky. Okay. Das reicht dir schon? Bist du dir sicher? Ja, das reicht dir? Ist safe. Ich sag, das ist Micky. Micky ist zuletzt Domtendo begegnet, hat nicht gesagt, dass er Domtendo irgendwann gesehen hat. Ich mag auch gar nicht. Also ich, ich glaube Caruso, weil, warum sollte Caruso sich so am Anfang so auffällig machen? Ja, aber Caruso ist ein Goat, Simon. Der spielt immer so. Ja, aber selbst wenn er, aber selbst wenn er selber jetzt Impostor wäre. Boah, das könnte aber jetzt auch sein, dass Simon Impostor ist, dass der Caruso-Fame will. Ey, es kann zu 0% Tim sein. Er hat den Scanner besetzt. Ich vertraue. Er hat den Scanner besetzt. Trimax kann es auch nicht sein. Trimax war auch auf dem Scanner. Ich sag's euch so. Er kann auch finkwitzt sein von mir. Ganz kurz reden. Ich muss Caruso umbringen. Das ist das einzige, was ich machen kann. Ich kann nur Caruso umbringen, sonst bin ich da und muss Caruso und Tim Gabel töten. Ey, wenn ich, es muss Caruso werden. Es geht nicht anders. Ich war grad schon Cam. Wollten nur kurz fragen, Revi, wo warst du gerade? Ich hab gerade oben diese Seismic Sensors gefixt und bin dann zurück in Laboratory gelaufen. Und Julian Com hat mich da sogar gesehen. Der kam grad an und hab gewartet, ob jemand links ist. Revi, wieso bist du denn nochmal Laboratory, wenn du schon die erste Runde die ganze Zeit dort war? Weil ich da nicht die eine Aufgabe bei Matt Bay gemacht habe. Ich muss nur noch dieses Ding anklicken. Dieses, wo man diese Farbe da auswählen muss, diese falsche. Weißt du? Revi, 100% Sass. Was ist denn daran Sass? Das ist komplett nachvollziehbar, was ich gerade gesagt habe. Ja, du bist Sass, auch wie du redest. Wie lange standst du an Light, bevor ich reingekommen bin? Ich bin eh fast fertig. Ich hab nur noch ein, zwei Aufgaben. Ich hab noch ganz viele. Muss nur noch ordentlich hinterherlaufen. Trimax, peinlicher Wort. Peinlicher Wort, Trimax wirklich. Ich bin zu lost. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Digga, ich bring jetzt einfach Caruso um. Mir reicht's jetzt. Tim, wo warst du? Ich bin gerade meine zwei Aufgaben fertig machen gegangen, weil ich hatte Simon Sass und ich bin da ein bisschen Paranoid. Das war viel zu risky, Mann. Julian war bei uns, aber es kann natürlich auch sein, dass der Kille dazwischen passiert ist. Ich war auf jeden Fall die ganze Zeit bei Tim und ich hab meine Aufgaben fertig, Tim übrigens. Hast du wahrscheinlich auch verstanden. Einen links unten muss ich noch machen. Kurze Frage. Rewi, wieso bist du nicht zu Seismic gegangen gerade als der vorletzte? Ja, weil ich gerade bei dem letzten Ding bei Rad gewesen bin. Bei was? Beim Drehen, bei dem Wasserrad. Und keinen Bock hat, hochzulaufen tatsächlich. Ich mach das aber sehr rasch. Okay, chillig, chillig. Aber du bist ja gerade Securities in Cams reingelaufen. Also raus mit dir, Digga. Bro, ich war Securities vorher. Oh, stark. Das ist wieder so eine Tipp. Hey, stopp. Oh, oder Tim ist es, ne? Oh, oder Tim ist es. Hey, es wird schon wieder gewartet, ohne mich ausreden zu lassen. So macht nicht gesehen. Raff dir das Game überhaupt. Ich hab mein Kopfhörer-Kabel rausgesucht. Ich war die ganze Zeit mit Max. Und ich hör euch nicht. Okay, dann wotet einfach Revi, wer das nicht hört. Wotet Revi. Ich jetzt, als der Freund dastehe. Es wird einfach gewartet, dass es Tim gar nicht irgendwas sagen könnte. Wenn es Tim Revi schuldigt. Tim kann es nicht sein. Ja, ja. Deswegen. Wie ist es gewesen? Das ist gewesen. Das ist gewesen. Das ist gewesen. Wo habe ich gewartet? Oh, was war ich? Oh... Was war ich? Ich hab mich. Ich hab mich. Vielen Dank.